moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ich bin es euer max deus und wir haben vor auf jeden fall wieder ein bisschen holz zu sammeln für unsere festung da hinten ja dann hat man so wird man hier was richtig schrecklich mit dem ding so geradeaus ich habe vor hier eine ordentliche festung zu bauen so das ding da und da ist ja bedauerlicherweise schon ein bisschen dunkel ist mal schauen wie wir das am besten machen ohne dass wir gleich von den ureinwohnern hier abgemotzt werden und da hinten wo der blaue flagge ist da müssen wir mal hin also nicht direkt zur blauen flagge sondern in diese richtung weil da ist das holz noch sehr sehr nah und dann haben wir nicht zur weiten weg um das holz zu sammeln steuerung mit dem bootes warum war ich so schlau und habe ein boot für zwei personen hier gemacht haben wir überhaupt noch was zu essen hier leicht haben wir jetzt nicht aber hier ein snickers immerhin immer ein snickers ja ist das so gescheuert mit dem boot ich sehe mal zu dass ich auch demnächst mal hier kleineres bloß baue weil ich dann alleine damit nehmen kann und den da an unserem provisorischen hafen dass wir da irgendwann mal bauen werden einfach absetzen das ist so schrecklich mit dem boot da haben wir ein bisschen dicht und wieder weg so aber es wird hell und da haben wir einen wo ist der vogel ich könnte essen ja man wir haben was zu essen und dann sammeln wir mal holz wir müssen das komplette ding davon kriegen solange es hell ist es wird nun wieder hell die insel hat da auch was wir sind ja da hinten bei der insel da können wir die beiden irgendwann mal verbinden oder so mal schauen ja komm wir nehmen den hier da 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 hier passt nicht mehr okay dann in diese dinge kriegen wir mal sieben rein im anderen kriegen wir mal acht in den wir fahren ja zielen muss gelernt sein aber jetzt den großen etwas trockenen hals und so was ich auch am überlegen bin ist einfach mal so zwischen den folgen ganze holz zu sammeln um das ding da aufzubauen vielleicht kann ich das auch so als schnelldurchlauf also eine extra folge machen oder so den nehmen wir auch mit dann haben wir dann haben wir es halt aber ohne das gehört irgendwas piept da oder pfeift da oder so weil ich denke nicht dass es spannend ist 1000 folgen sich anzusehen auf jeden fall wie ich das ding da aufbaue ok nehmen wir mal das ding und ja ja die wollen immer fallen wie sie wollen natürlich wie denn auch sonst hier passt nichts mehr da müssen wir den hier nehmen noch kann kommen keine uhr ein eins zwei wir sind ja auch übelst außer puste eben noch einen snickers und ein soda da ist unser holz da ist einer da ist ein Hirsch da ist ein nixer holz und da ist noch ein holz ok ja es ist echt doof wie die sich immer da so verstreuen da ist ein nixer holz da ist noch einer und genau überraschend wenig ureinwohner jetzt um diese uhrzeit kommen die sich jetzt alle da hinten auf und denken weil ich da bin dann finden die mich nicht da und da und hier warum fällt das boom hier haben wir es jetzt aus versehen d gedrückt statt äh c da räumt mir nicht davon aber dann haben wir schon mal eine losladung holz voll und gleich und wieder außer puste natürlich sollten auch anders sein hier und hier hier wo das auch hier ist eine aber wo ist denn der andere der mal vier stück pro baum ist noch irgendwo einer rumliegen die denn ich wünsche ein eichhörnchen ich finde nicht wer hier das dazu traurig so ein baum noch dann können wir los schippern ja ja jetzt aus der puste jetzt diese richtung er genau ja so ist es haben es regnet wieder da ist endlich wieder wasser so dann haben wir jetzt bootladung voll da kommen noch mal schildkröten mann so ich werde gerade angerufen von irgendwen keine ahnung wer das ist so da bin ich wieder ich wurde gerade angerufen er hat auch einfach irgendwie nicht aufgelegt deswegen muss ich kurz pausieren ihr merkt davon eh nichts weil ich habe eben ja mach hier einen kleinen cut und läuft einfach ganz normal weiter das ist echt doof dass ich immer den nehme so nach dahinten müssen wir wieder dann nehme ich den nicht dann nehme ich den nicht ich glaube für dort mega projekt was ich da mache ich glaube ich werde eine extra folge machen so wer sich das dann rein ziehen will kann das gerne machen dann so wo ich nur damit mich beschäftige das da aufzubauen und dann in den normalen folgen werde ich halt dann mit euch hier die insel erfunden welche kleinigkeiten bauen so aber nicht diese mega projekte was ich jetzt so aus dem boden stampfen will werde ich zwar auch hochladen diese extra folge aber mal schauen wie lange das dauert die folge an sich vielleicht wären das auch mehr aber dann bei dieser extra folge brauche ich euch auch nicht zu wundern oder zu überraschen wenn ich dann nicht zu viel rede so den habe ich schon mal raus vor dem wieder mitgenommen dann können wir jetzt wieder so 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 ja und da haben wir auch noch welche ja dann haben wir das jetzt aus schön dass wir hier anfangen erst in der luft zu bauen und dann das fundament da unten die stelzen da finde ich gut auf jeden fall so wie das dann erstmal anfangs aussehen so ich mache mal eben feuer an wir wollen den hier haben weil der hunger hier müssen wir auch schon was zu trinken haben ja heiß machen wir uns erstmal voll was trinken angeht und essen aber wisst ihr was ich mache das mit der extra folge diese folge wird noch regulär auftauchen kommen aber die der folge werde ich dann hier nach direkt anfangen aufzunehmen und dann mal schauen wann die mal hochkommt wird zwar ein bisschen dauern aber die machen wir auf jeden fall was ich aber gerne wissen wollen würde ist äh was war denn das hier was haben wir wenn wir löcher machen ok benötigt nix plattform selbst auch nicht schlecht warum brücke wenn es wenn wir da hinten an so ein turm idioter so was machen oder auf also wenn wir von hier nach da an um da aufbauen und ob jetzt die falschen tasten und da dann irgendwie noch irgendwie so ein burg oder sogar noch irgendwie so ein turm eine ahnung was machen von da nach darüber und von da nach darüber über so eine hängebrücke das wäre nice grundlegende wand ein paar treppen und die tür kletterseil holz hier baumharz sammler der topf ist für ein baumharz das zum wasser sammeln ist das baumseilrutsche freistehende seilrutsche kran holzbanktrisch kreisbett das was ich aber suche finde ich jetzt gerade irgendwie nicht bekommen das können wir vielleicht als nächstes mal versuchen zu bauen großboot brauchen wir nicht das ist ein bisschen übertrieben nicht auch eigenes totem kleines totem groß großes totem arm totem zu liste bau verteidigungsanlagen erforsche die hängende höhle weiter verkunde höhle der anwälte so was haben wir hier geistige gesundheit ist bei 88 prozent 2 mal 100 athletik 24,8 gewicht 205 stärke 25 ok rüstung kälteschutz tarnung ausdauer energie gesundheit des 100 vibrierung sicher gerne wissen wollen würde wo haben wir die da kann man damit eigentlich bauen sprenkstoff brauchen wir noch mal hinweg was kann man damit machen teamys spielzeug das von teamys spielzeug ein stück für stück reparieren kann man damit irgendwas machen und dann nur ausrüsten hier haben wir drei facetten wir haben kein radio hasenfälle haben wir und großfleisch krisch zusammen wir ziehen das hier mal an ein wolfer kenn ich ja noch und jetzt fängt es an wieder dunkel zu werden super so dann würde ich sagen diese aufnahme beende ich erstmal gleich sofort ich schippe noch dahin machen noch eine kleinigkeit und dann fange ich mit der special folge an wo wir das ding da fertig bauen kann sein dass die special folge paar tage später oder so kommt aber naja besser später als gar nicht und jetzt werden wir schon nehmen wir wieder die ab und recht fehlt das ja die dinger können wir auch alle kaputt machen und einsammeln und beste waffe gegen neuen wohners bisher das hier in die und da sind sie wieder da sind sie wieder habe ich nur so das gefühle als diesmal was größeres mit bei auf musiklaus oder so habe ich jetzt gar keine lust oder kann das ding hier auch leer werden hat spray wird nie zu schrillen da war der hase wenn wenn durch ja wir haben durchfällt wir haben unseren ersten durch nach und nach rechts habe ich das in die habe ich das eigentlich das ist das um braten wir uns den ersten durch haben wir uns verdient am ende der folge braten wir uns noch nicht durch ja dann wie die pinke flagge da leicht am zucken ist und ja man ich weiß jetzt wie wir ab heute auf der jagd gehen wir müssen noch wasser sein haben wir ja noch irgendwo hier jetzt durch panzer ächsenhaut so ich sag euch aber auch schon mal vielen dank dass sie wieder mit dabei war und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020